Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2.0.0.7 Und da einige von euch immer wieder gefragt haben, zeigt doch mal deine Statistiken und wie lange das Lid mit den ganzen Mods du drauf hast. Hier, Made in Germany, die MiG Map in der neuesten Version ebenfalls geupdatet und hier seht ihr, ja 16 Folgen habe ich bis jetzt produziert, entspricht natürlich 4 Stunden, es wird nicht geschummelt und los geht es auch schon. Und wir sehen hier auch die Updates, Performance optimiert, Schweinemast gefixt, Hofsilo und Träger gefixt, Wasser, Schafe, Futter etc. Hier mal ein ganz großes Dankeschön an den Ersteller der Map, den lieben guten Bulgor, mit dem habe ich gestern ungefähr eine Stunde geskypt und wir haben ein paar Optimierungen noch besprochen. Und ja, mal schauen, was ist jetzt so alles neu, es gibt ein paar neue Features auf der Map und die wollen wir uns natürlich angucken. Und natürlich wollen wir mit unserem Hof irgendwann hier diese Region, Zelle oder die Weltherrschaft oder beides, ne, irgendwann mal ranholen. So, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sofort hier unsere Maschinen wieder in Gang bringen, damit es hier auch weiter geht. Und ihr seht da oben schon Mischstationen, was ich ebenfalls installiert habe, ist hier ein, huch, wollte ich doch gar nicht, hier ein, ein, ein Zündmod. Ja, müssen wir erstmal einmal kurz vorglühen. So, und dann wollen wir natürlich jetzt langsam mal hier ans Sehen ran. Und ich habe auch die Texturen zurück verändert und zwar auf die ursprüngliche Version. Bedeutet, jetzt sieht also, das Gras sieht wieder hübsch aus und, ähm, ich frage mich gerade, was wir hier mal eben sehen sollen. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, geplant, dass wir Raps sehen wieder, ne? Und, ähm, ja, diese Felder sind natürlich nicht so geeignet für die Helfer. Deswegen wollte ich da auch nochmal eine Sache zeigen, ähm, die ihr vielleicht ein bisschen berücksichtigen könnt, wenn ihr mit dem Helfer hier auf der Map spielen wollt. Ich muss nur gucken, wo ich das jetzt hier am besten sehen kann. Hier sieht man es am besten. Und zwar würde ich euch empfehlen, euch, äh, immer erstmal der Einfachkeit halber an der Maserung, an der Faserung der Bodentextur zu orientieren. Ich zeige euch, was ich meine. Das ist nämlich hier. Da sieht man es. Läuft, äh, läuft die Bodentextur in die Richtung. Und dann würde ich sagen, hier immer ansetzen. Das ist wahrscheinlich erstmal der sicherste, bis wir halt die größeren Felder haben, mit denen wir besser arbeiten können. Ja, und das Stroh, das lassen wir jetzt mal brach liegen. Und dadurch, dass ich jetzt die Texturen umgestellt habe, sieht das alles ein bisschen komisch aus. Das ist beim nächsten Mal wieder richtig. Ähm, ja. Aber. Ansonsten können wir loslegen hier. Hatten ja schon beim letzten Mal die große Seemaschine gekauft. Und dann können wir mal gucken, wie der hier klarkommt. So, dann haben wir hier noch geladen Weizen. Den müssen wir eben wegbringen. Auch hier eben kurz vorglühen. Ich wollte es ja immer so ein bisschen realistisch haben. Und, äh, es nervt auch immer, wenn man zwischen den Maschinen springt, dann macht es immer... Und das wollte ich ein bisschen weghaben. Achso, genau. Mähdrescher, den müssen wir erstmal an den Start bringen. Genau, hier. Den haben wir nämlich gefahren auf, ähm, zeige ich euch. Da auf. Äh, Sekunde. Ich bin ganz durcheinander. Hier da oben steht er. Ähm. Also noch auf einem von unseren Rapsfeldern. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir gerade einen kleinen... Wir haben gerade einen kleinen, ähm... Haben wir gerade einen kleinen, äh... Nein, wir haben nicht einen kleinen. Was will ich denn jetzt sagen überhaupt? Wir haben, äh... So, eins mal wieder starten. Genau. Wir haben einen kleinen Rollback. Oder? Haben wir dieses Fähre nicht schon geerntet? Oder bin ich jetzt ganz durcheinander gekommen? Sehr merkwürdig. Normalerweise hätten wir keinen, äh, äh, Rollback haben dürfen. So, der kann schon mal wieder weiter hier das Getreide zur Mühle bringen. Ich bin mir jetzt echt gerade nicht sicher, ob wir einen kleinen Rollback haben. Ne, aber wir hatten doch dieses Feld, haben wir da schon gesät. Wir hatten das da hinten leer gemacht. Aber wir haben doch einen Autosave-Mod drin. Er hätte doch eigentlich alles speichern müssen, oder? Wir gucken das erstmal nach hier. Ich bin hier gerade gerade etwas verwirrt. Also, wir hatten, äh, die kleinen Felder gesät hier. So, dann haben wir das hier geerntet. Dann haben wir da hinten Gras geerntet. Wir haben, wir können es wahrscheinlich auch sehen, indem wir gucken, ob wir die Kühe, ob die jetzt ein bisschen Stroh drin haben. Ähm. Ähm, ähm. So. Ihr seht übrigens noch eine Neuerung. Wir haben jetzt, ist diese Map eine Multifruit-Map. Will heißen, wir können jetzt diverseste Dinge hier Multifruit. Da guckt, seht ihr Stroh? Haben wir letztes Mal reingepackt. Passt also. Das Silo ist fertig. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt hier. Wir hatten doch... Wir fahren mal eben hier einmal außen rum. Ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Aber das soll sich nicht dran hindern. Wenn es jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber normalerweise passt es ja auch von der Spielzahl und der Folgenzahl. Ich glaube, ich verwechsel gerade einfach nur zwei Felder. Aber ich wollte euch noch was zeigen, was neu ist. Seit dem letzten Update. Nicht nur sind die Gebäude jetzt hübscher. Also da waren ja ein paar Dummy-Gebäude noch drin. Sondern wir haben hier Futtermischstationen. Wir können jetzt hier... Äh, können zum einen... Natürlich hier, wie gewohnt, unsere Sachen abladen. Wir können aber auch... Ähm... Jetzt hier... In die Futtermischbatterien... Ähm... Das Futter reinladen. Dann wird das Futter gemischt. Wir können Mischrationen aus unterschiedlichen Sachen herstellen. Könnt ihr mal gucken hier. Zeig ich euch. Muss ich jetzt den Trick auch immer ausschalten, oder was? Cool. Das wusste ich ja noch gar nicht. So, das seht ihr hier. Können wir zum Beispiel Mischrationen machen aus... Silage, Heu und Stroh. Hier können wir Mischrationen machen aus Hanf, Sonnenblumen und Roggen. Und so weiter, ja? Also ihr... Und hier hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon was reingefahren. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt. Weil das eine Feld, das war doch unser Testfeld, oder nicht? Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Testen wir jetzt mal. Es kann natürlich sein, dadurch, dass ich die Texturen aus... Äh... Dass ich an den Texturen rumgemacht habe. Also... Was heißt ich? Also ich habe die Texturen geändert. Und der liebe Bulgur, der hat für mich ein Savegame wieder so hergestellt, dass ich da ohne Problem mit weiterspielen kann. Dafür erstmal besten, besten Dank. Also ihm habt ihr auch zu verdanken, dass es weitergeht mit den Folgen hier. Und... Vielleicht ist dadurch dann irgendwo was mal ein ganz bisschen zurückgesetzt worden. Das ist aber jetzt noch kein... Kein riesiges Cheaten oder so. Ihr wisst ja, hier wird nicht gecheatet. Wir haben alle einen großen... So... Wo ist der denn überhaupt? Ich fahre hier immer mit dem Trecker rum und... Hier ist auch nochmal so ein kleines Feld. Da fahren wir mal hier. Hier rum. Achso, wir können mal einmal kurz gucken. Jetzt sind wir hier im Kreis gefahren. Äh... Ja, der ist hängen geblieben. Da müssen wir gleich mal schauen. Das gehört aber hier irgendwo dazu, ne? Also das Map ist so schön verwinkelt und ver... Ach, seht ihr? Genau. Unser Testfeld war das eins weiter hinten. Das hier... Das hier... Ne. Ich bin verwirrt. Es haben auch immer wieder Leute geschrieben... Garda, du kannst doch schon andere Felder ernten, auch wenn du dich besitzt. Ja, ich weiß, dass ich das kann, aber ich mach das nicht. Weil... Äh, das empfinde ich zum Beispiel als, äh, Cheaten. Ja, und wir müssen uns dann relativ zügig erstmal was überlegen, was wir mit dem... Was wir mit dem Mais machen. Jedenfalls, dieses Feld ist offenbar zurückgesetzt. Ja, also einmal... Haben wir dann einmal hier jetzt auch ein bisschen kleine Macke drin in dem Spiel. Ein kleiner Makel, aber naja. Ansonsten ist alles gleich. Er hatte mir auch angeboten, sagen wir mal, die Füllstände... Die Füllstände zu ändern. Also wisst ihr, dass zum Beispiel in den Silos und so weiter neue Sachen drin sind. Und räumte dann anschließend ein, dass er meine Videos noch nicht geschaut hatte. Also wusste er noch nicht, dass ich nicht, äh, cheate. So, wieder hier kurz vorglühen. Könnt ihr mal schreiben, was ich davon... Was ihr davon haltet, dass ich auch solche Mods einsetze jetzt, ne? Vielleicht mal interessieren da. So, und... Ihr seht jetzt also, mit der Maserung entlang hat das bis hierhin geklappt. Weil das hier die lange Seite von dem Feld ist. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach für den Rest des Feldes... Bestmöglich hier so das. Ich hoffe, das klappt. Fahren wir erst mal möglichst nah hier ran. Ja, und diese großen Maschinen sind halt für diese Felder nicht geeignet. Wir werden das natürlich in den nächsten Teilen mit den historischen Landmaschinen machen. Das ist mein persönlicher Wunsch. Eure auch so ein bisschen. Und, äh, ja. Wer bin ich, dass ich nicht auf eure Wünsche höre? Und es gibt auch einen Mod, wo man angeblich die... Sehmaschine... Ähm... Also die großen Sehmaschinen, wo man da noch eine Eindüngevorrichtung mit einbauen kann. Das werden wir als Mod auf jeden Fall mal testen. Das klingt sehr interessant. Und ich fahre jetzt mal eben... Ich kann auch hier über die Straße fahren, fällt mir gerade ein. Mal eben unsere Sachen... Ins Lager, denn wir müssen gleich da oben, das seht ihr schon, den... Glas Mega mal eben abtanken. Wobei ich glaube, wir werden das vergessen haben zu spritzen. Aber das wird ja jetzt mit den neuen... Mit den neuen, äh... Maschinen... Mit der Seedüngekombi wird das ja nicht mehr passieren. So genau, sind noch ein paar Scheunen dazugekommen. Was auch neu ist, ist... Hier hinten... Das seht ihr gleich. Neue Höfe. Und zwar... Hat er Höfe von anderen Bauern genommen, die es also in echt gibt. Und hat dann quasi daraus den Hühnerhof und die Schafsfarm gemacht. Bei mir ja sehr beliebt, wie ihr wisst. Hier, ne? Das gucken wir uns auch nochmal an. Sobald wir anfangen, mit den Tieren zu arbeiten. Hier seht ihr die Sonnenblumen. Seht ihr das? Die sind natürlich noch so ein bisschen... Ja, ein bisschen sehr grell. Aber er hat mir versprochen, damit ich nicht Augenkrebs kriege, macht er die irgendwann mal ein bisschen dunkler für mich. Das finde ich echt nett. Jetzt wieder ein neues Zäunchen rum, um die... Futterlager. Das eine Futterlager rechts war ja auch noch nicht so ganz fertig. Also das mit Kartoffeln und... Ähm... Zuckerrüben. Da war dahinter noch so ein bisschen Brachland. So hier, so rum soll man nicht reinfahren. Und da ihr immer mit mir schimpft, wenn ich sowas mache, fahren wir mal anders rum. Da war noch die Textur ein bisschen kaputt. Aber ansonsten, ja, tausende von... Hier haben wir übrigens eine Waage. Ne? Ist auch neu. Was man damit machen kann, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es sieht wohl so aus, als würde ich ermittelt, wie viel, wenn man jetzt zum Beispiel Multiplayer spielt, wie viel welcher Spieler, ähm, ja, abgeliefert, erwirtschaftet hat. Finde ich eine coole Sache. Ich denke mal, das wird dann auch gespeichert und... Ja, das ist echt nicht schlecht. So, was haben wir hier? Okay, und ausgibt. So. Ja, bei den letzten Folgen haben wir jetzt ja Rennertests gemacht. Bei diesem werde ich es jetzt so machen, ich werde gucken, dass ich so eine halbwegs menschliche Größe fürs Hochladen bekomme. Und dann sollte die Qualität eigentlich aufgrund von ein paar Optimierungen, die wir hier gemacht haben, auch die Map hat... Huch! Auch die Map hat Performance-Optimierung bekommen, wie gesagt. Also für die Leute, die das jetzt technisch interessiert, ähm, es waren zum Beispiel einige Objekte hier drauf, hat mir der Bulgo erzählt, die... Ich glaube, die Schilder waren es, die... Ja, man kann ja immer die Reichweite von den Objekten einstellen. Und bei allen Schildern, die er reingebaut hat, im letzten Patch, ähm, hat er die Sichtweite zum Beispiel... Ausversehen, auf voll gehabt, das heißt, ihr hättet theoretisch über die gesamte Map-Schilder sehen können. Und dass das natürlich für die Performance nicht gerade förderlich ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ne? So. Weil ich euch dann unbedingt auch noch zeigen muss, das mache ich dann in der nächsten Folge, weil dieses ist ja schon fast wieder vorbei, ist... Das neue Bauernhaus, das ist richtig cool. Ah ja, und hier genau, und hier haben wir... Das habt ihr mir auch 23.640 Mal geschrieben. Wir müssen natürlich hier das Vorgewende mal eben einmal gescheit machen. Das geht gar nicht. So, Trecker aus. Und das machen wir eben von Hand. Dann holen wir mal den Helfer hier runter. So. Liebe Modder, ich fände es übrigens cool. Ich meine, dieser Drescher ist ja sehr, sehr geil. Aber diese... Dass man dann immer zwanghaft so eine Drescher-Grafik da unten hinmachen muss, weil es geiler aussieht, finde ich jetzt nicht so toll. Weil, mich irritiert das immer. Wenn ich jetzt... Also, wenn ihr jetzt mal guckt... Ich meine, man kann es jetzt klar sehen eigentlich, ne? Aber, naja. So, dann fahre ich mal selber hier. Ich fährt selbst. Ja, aber ihr seht, wir haben hier nicht gespritzt. Also, das sollten wir, glaube ich, in der nächsten Folge vorher mal eben machen. Weil wir wollen ja nichts verschenken hier. Oh, das machen wir auch erst, würde ich sagen. So, was macht der hier? Der ist noch immer schön unterwegs. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch wieder, wie immer, gut unterhalten. Es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Wann die nächste Folge kommt. Seht ihr wie immer im Sendeplan unter tv.garderole.de. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Daumen. Und ja, danke nochmal an Bulgur, dass du mir geholfen hast hier ein bisschen mit der Map. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald. Bis bald. Bis bald. Muah. Ja. Ja. Vielen Dank.